Bei einem gewissen Alter macht man mal eine Gedächtnisfehlleistung, ist das schon Alzheimer? Es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Jeder Mensch vergisst immer mal Namen, aber entscheidend wichtig ist, dass wenn ich regelmässig Dinge vergesse und Fehlleistungen mache und wenn ich enge Vertraute nicht mehr erkenne und wenn ich Gegenstände, die ich täglich brauche, nicht mehr finde oder an Orten, wo sie nicht hingehören, die Schuhe im Kühlschrank zum Beispiel, dann ist höchste Zeit, dass ich eine frühe Abklärung mache, solange man eben behandelbare Ursachen dieser Leistung noch behandeln kann, nicht warten, bis es zu spät ist. Die Alzheimererkrankung ist die häufigste Demenzform. Es ist eine Hirnerkrankung, die sich äussert, dass Hirnzellen zugrunde gehen, auch es zu einer Reduktion kommt von Botenstoffen, also von Signalen zwischen den einzelnen Nervenzellen und letztlich kommt es zu einer Anreicherung von Proteinen, die als Abfallstoffe im Hirn abgelagert werden. Die Symptome der Alzheimererkrankungen sind zu Beginn sehr subtil und äussern sich darin, dass kompliziertere Handlungen im Alltag nicht mehr normal gelöst werden können. Die Diagnose der Alzheimererkrankung wird gestellt durch verschiedene Untersuchungen. Erstens eine ausgiebige medizinische Untersuchung, wo auch eine Blutuntersuchung dazu gehört. Dann gibt es eine Testung des Gedächtnisses durch eine neuropsychologische Testung. Und letztlich gibt es eine Bildgebung, das heisst meistens eine MRI-Aufnahme des Hirns, wo die typischen Veränderungen nachgewiesen werden können. Wichtig ist zu wissen, was ist wirklich da. Wenn ich nur eine Depression habe, die man behandeln muss oder liegt ein Alzheimer vor, deshalb soll ich mich früh, möglichst früh abklären lassen, ob eine organische Störung vorliegt. Wenn das bestätigt ist, dann ist die Zeit schon nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Wie möchte ich, dass mein Vermögen verwaltet wird? Wie möchte ich, dass für mich entschieden wird, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann? Pflege bei Demenzkranken ist sehr teuer, weil sie täglich nötig ist, auch an Sonntagen und in gewissen Fällen auch in der Nacht. Deshalb kommen schnell einmal 10'000 Franken Kosten auf einem zu. Wer nicht reich ist, verbraucht sein Vermögen schnell auf. Wenn er kein Vermögen mehr hat oder kein grosses Vermögen mehr hat, dann sind die Ergänzungsleistungen zuständig. Jede Schweizer, jede Schweizerin, aber auch jeder in der Schweiz wohnende Ausländer, der hier AHV bezügt hat, hat Anrecht auf diese Ergänzungsleistungen, wenn eben die Kosten höher sind als das Einkommen und ein Teil des Vermögensverbrauchs. Die Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung sind medikamentös und nicht medikamentös. Unter der medikamentösen Behandlung haben wir zwei Medikamentengruppen. Da gibt es die Cholinesterase-Hemmer, die vor allem im Anfangsstadium der Krankheit eingesetzt werden. Und dann gibt es Mementin, eine andere Substanz, eine andere Medikamentengruppe, die eher in fortgeschrittenen Stadien zur Anwendung kommt. Und dann gibt es die Cholinesterase-Hemmer, die auch in der Schweiz,